Meine Lieben, ich habe Humor, das seht ihr eh schon, das bin ich. Also ich habe nicht nur jetzt eine blaue Haarfarbe, sondern ich habe so dieses innere Kind, das dauernd irgendwie Flausen macht. Und so passiert das auch, wenn ich mit den Kindern liese. Und diese Fotos zum Beispiel sind immer gemacht worden, wenn ich es direkt veröffentlicht habe und aufgenommen habe. Auch meine ganzen Lese- und Hörvideos im Übrigen, die gibt es auch auf meinem Shop, auf meiner Homepage. Da könnt ihr auch Leseproben und Hörproben anschauen. Da sieht man dann auch, dass es dann immer sehr witzig von sich geht. Im Übrigen hinten alle Bücher, die ich geschrieben habe, aufgelistet. Es sind inzwischen 17 an der Zahl, wobei zwei Erwachsenenbücher dabei sind und die nicht für Kinder geeignet sind. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Aber hier die Malbücher Teil 1. Kann ich jedem nur empfehlen. Im Übrigen ein tolles Geschenk. Egal, ob es für den Urlaub ist, ob es für das Wochenende bei der Oma ist, oder ob es Weihnachtsgeschenke sind, oder einfach mal Semesterferiengeschenke sind, oder einfach mal so dazwischen. Das ist ein schönes Geschenk, das man Kindern bringen kann. Und ich würde sagen, vor der Schule und die ersten zwei Jahre geeignet. Zumindest die vier Büchle. Es gibt ja noch mehr. Aber davon erzähle ich euch noch. Zumindest die vier Büchle. Zumindest die vier Büchle. Zumindest die vier Büchle. Vielen Dank.